Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade ganz spontan entschieden, dass ich jetzt den Vlog anfange. Ich stehe gerade in der Küche, wie man vielleicht sieht, und mache gerade Mittagessen. Ich habe nämlich heute einen halben Tag gearbeitet und jetzt habe ich Hunger. Jetzt weiß ich nicht, wo ich die Kopfhörer hinlegen soll. So, ich denke es einfach darüber. Es gibt heute Brokkoli mit leckerer Molltasch. Genau, mir ist gerade das Wort nicht angefallen. Ja, ich will heute auf jeden Fall noch ein paar Sachen in der Küche machen. Und dachte so, warum eigentlich nicht euch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich beides mache. Ich will auf jeden Fall gleich, wenn ich gegessen habe, Brokkoli machen. Das hatte ich ja letztes Jahr schon gemacht. Wir ja letztes Jahr so eine ganze Reihe von weihnachtlichen kleinen Leckereien gemacht haben, die wir dann an Freunde und Familie verschenkt haben. Und ja, die Großschokolade war super lecker. Deswegen wollte ich die jetzt nochmal machen, wenn es auch relativ schnell geht. Ich habe gestern Schokolade gekauft und ich habe noch alles mögliche als Topping da. Das will ich machen und eventuell werde ich nochmal neues Müsli machen, weil ich glaube, das letzte, da ist auch nur noch eine Portion übrig. Und ansonsten, ja, weiß ich noch nicht so genau. Ich denke, der Vlog wird jetzt auch wieder über mehrere Tage gehen. Also ja, aber ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt erst mal das Essen fertig und esse was. Und dann sehen wir mal weiter. Und dann sehen wir mal wieder. So, bevor wir gleich... Ich drehe mich mal zum Licht. Ist vielleicht besser. Bevor wir jetzt gleich in die Küche gehen und die Schokolade machen, wollte ich noch mit euch gemeinsam meinen Adventskalender für heute aufmachen. Was ist das? Es ist ein Mond. Ich weiß allerdings nicht, was das bedeutet. Fokussier. Krista? Keine Ahnung, was für ein Geschmack das ist. Aber es ist schwer. Jetzt gerade habe ich keine Lust auf Schokolade. Werde ich nachher essen. Dann zeige ich euch, was das für ein Geschmack ist. Jetzt gehen wir aber erst mal in die Küche und bereiten die Schokolade vor. So, bevor wir jetzt anfangen, müssen wir erstmal in den Ofen einstellen. Den Ofen stellen wir auf 50 Grad. Dann heizen die jetzt vor, während wir die Schokolade dann gleich klein machen und auf dem Backblech verteilen. Und dann kommt ihr so für ungefähr 10 Minuten rein. Bis zum nächsten Mal. ajeno-UN- Untertitelung. BR 2018 So, Schokolade ist jetzt auf dem Blech. Auf mein Blech passen tatsächlich 8,1 Drittel Schokoladentafeln. Also ich könnte rein theoretisch oben an den Rand auch nochmal ein bisschen legen, aber das lasse ich jetzt einfach. Ich hatte es vorher mit den ganzen Tafeln ausgemessen, da hat nur 8 drauf gepasst. Und dann war das Blech voll. Und jetzt hatte ich irgendeine Lücke. Also, ne egal. Ich schiebe das Ganze jetzt vor 10 Minuten in den Ofen und währenddessen bereiten wir unsere Toppings vor. Ja. 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 So, während ich drauf warte, dass die andere Kamera sich verbindet, damit ich es besser filmen kann, weil ich euch leider nicht auf die andere Seite stellen kann, weil da ist eine Wand. Dachte ich, ich zeige euch einmal kurz, was ich jetzt an Toppings genau vorbereitet habe und wie ich mir das vorgestellt habe. Die Schokolade ist auch schon fertig, die müssen wir eigentlich gleich rausholen. Ich habe den Ofen schon rausgemacht. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die Toppings. So, und zwar haben wir hier einmal, äh, ich glaube das sind Maulbeeren. Die habe ich noch vom letzten Jahr übrig. Dann haben wir hier Gucci-Beeren. Dann hätte ich hier noch Kokosstücke. Dann hätten wir hier gepuffte Amaranth, Mini-Smarties, Himbeeren und Erdbeeren. Und hier haben wir eine Nussmischung aus Macadamia-Nüssen, Paranüssen und Kekanuss. Und ich dachte, ich mache so ein bisschen halb Nüsse und Obst und halb, ja, rund und lustig. Aber jetzt holen wir erstmal die Schokolade raus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ich habe gar nicht gewerkt dass der akku leer war jetzt habe ich gewechselt die schokolade habe ich jetzt gerade herausgestellt zum abkühlen ihr könnt natürlich auf die schule drauf machen worauf auch immer ihr lust habt ich hatte letztes jahr ich weiß gar nicht was ich letztes jahr drauf hatte ich hatte so viel drauf ich hatte so kiwi scheiben ich hatte ananas scheiben ich hatte so karamell stücke die wir drauf gemacht haben ich glaube wir haben auch so zucker perlen und so was drauf gemacht marshmallows kleiner hat mir auch drauf gemacht sie können wirklich drauf machen was ihr wollt viele machen auch brezelchen drauf oder hat irgendwas herzhafteres so gebäck mäßig ist keine ahnung aber ihr könnt wie gesagt ihr könnt auch kinderigen klein machen und die drauf machen oder irgendwas worauf ihr halt gerade lust habt ihr habt ja auch gesehen ich habe tatsächlich nur zwei tafeln vollmilchschokolade und hauptsächlich weiße schokolade und dunkle schokolade weil ich nicht so gerne vollmilchschokolade mag da könnt ihr auch variieren ihr könnt auch nur zwei sorten nehmen oder wenn ihr wollt könnt ihr auch eine sorten nehmen das könnt ihr völlig machen wie ihr wollt ich habe am ende noch ein kleines bisschen salz drüber gestreut weil ich das immer ganz gerne mag zum kontrast zwischen der süßen schokolade und dem salz aber wirklich nur ein hauch ich lasse die jetzt abkühlen und dann können wir nachher in stücke brechen und so lange räume ich jetzt ein bisschen hier auf und da weiß ich noch gar nicht so ganz genau was ich mache ich vielleicht hatte ich mich an den computer und schneide schon mal den vlog von gestern und vorgestern damit der dann nicht ganz so spät online geht so jetzt auch mit speicherkarte verrückte katze kann ich da jetzt zu machen bis jetzt fertig draußen ist kalt kalt ist es ja kalt ist es was ist denn los ja du bist jetzt auch kalt ist ja super so es ist jetzt ich habe doch länger im computer gesessen als ich dachte und eigentlich nichts gemacht weil ich dann spontan gerade ein ich muss mich mal abstellen das ist gerade irgendwie nervig aber kann ich euch mit dem stativ irgendwo hinstellen so dass ich noch sichtbar bin ich freue mich mal kurz hier das regal um probieren das mal so ist doch super so jetzt habe ich mich die hände frei was wollte ich gerade sagen ich habe noch nicht angefangen den vlog zu schneiden weil ich mir dann überlegt habe es wäre eigentlich cool ein passendes intro zu machen und wollte dann mein normales intro anpassen hat dann festgestellt ich die datei nicht mehr finde dann habe ich gedacht ich bastel schnell neues so schnell geht das natürlich nicht und ich brauche bilder dafür und ich habe nur ein geeignetes bild deswegen muss ich jetzt überlegen was ich daraus mache aber damit setze ich mich morgen auseinander weil ich habe jetzt keine lust mehr ich habe mich jetzt auch aufgestanden ich habe es auch gerade schon gesaugt weil das konnte ich nicht machen weil er hat ja geschlafen ich dachte wir machen jetzt die schokolade fertig und ich glaube sonst passiert heute auch nichts mehr aber wir machen jetzt erstmal die schokolade fertig ich habe sie gerade schon reingeholt die ist jetzt ausgekühlt er war jetzt lang genug draußen ich hatte sie auf den mikron gestellt habe einfach auf das blech den backofenrost drüber gelegt und dann handtuch drüber damit kein dreck rein fliegt oder so und jetzt gucken wir mal ob wir sie auseinander kriegen und kleinbrechen können so ich habe jetzt alles klein gemacht ich habe jetzt gleich so tütchen gepackt da bekommt morgen mein bruder nämlich eins davon verdammt jetzt weiß ich nicht mehr welches für meinen bruder war ich glaube das war für meinen bruder eins habe ich für terrys mom eins für seine oma gemacht habe meinen eltern ein bisschen was weggepackt und ich habe jetzt noch eine dose voll so genau ja alles weggepackt ich habe übrigens ich habe ein stück nuss im hals hängen das ist ein bisschen unangenehm ja ich würde sagen das war's dann jetzt erstmal für diesen vlog ich denke ich glaube der ist lang genug eventuell starte ich dann morgen einen neuen je nachdem was morgen vor dem geburtstag noch so anfällt zum geburtstag werde ich glaube ich die kamera nicht mitnehmen aber ich hoffe es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und ihr seid auch im nächsten vlog wieder mit dabei bis dahin tschüss 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 Amen.